Leute, ja, 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 yes, oh mein Gott, ja, ich hab sie, ich hab sie, oh mein Gott, waaat. Alter, wie viel Sinn denn da? Loll, warte mal, was, was, mir hat einer 50 Euro gespendet, oh mein Gott, was, was, alter, was, dankeschön, oh mein Gott, dankeschön, lass uns rausbomben, was? Nein. Ja, das ist los. Was? Digga, der, das ist, das ist grad fake. Er hat mir grad 100 Euro gespendet. Er hat mir grad 100 Euro gespendet. Das ist grad fake, oder? Der, der jetzt drin ist. Das ist grad. Ein Joe vom Game. Du hast einen neuen Gegenstand gesammelt. Peter, Piratenschweinchen. Wie viel ist der wert, oder was kann der, oder ist das ein Mount, oder? Ist das jetzt einfach nur ein Gefährt? Fünf Lauftempo, 45 magischer Schaden. Fürchte mich, ich kann den Text nicht lesen, aber das Game bugt. Ach. Klärt. Ähm, von daher, ja. Also, fangen wir auf jeden Fall an. Was hat's mit... Alter, no way. Es funktioniert wieder. Alter, da wird's... Der Trove League, also, also P.I.P. Arena, die Alte. Das heißt, ich kann wieder Trove League machen. Alter, geil. Alter. Was war das grad für ne Kompi, und was war das grad für ein Voice Crack? Boah, Alter. Der Damage. Junge. Der Rake hat ja gar nichts geblickt. Den Linken, Alter. Nicht gehört, ne? Junge, ich seh grad zum zweiten Mal an meinem Energy und hab zweimal meinen weißen Pulli verkleckert. Das ist... Irgendwie so, wir gehen doch chilliger Freitag. 250.000, Lux-Frage. Was ist das Maximum bei den Wasserjuwelen von der U-Schwierigkeit her? Darf ich sagen? Ja, du darfst es sagen. Äh, U10. Ah, achso, U9. Ach, dear. Vielen Dank.